Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. AfD in der Zwickmühle. Uneinigkeit im Umgang mit Bistron. AfD-Mitglieder uneinig über Behandlung von Bistron. AfD-Mitglieder uneinig über Behandlung von Bistron. Es gibt eine anhaltende und tiefgehende Uneinigkeit innerhalb der Alternative für Deutschland AfD über den Umgang mit dem umstrittenen Parteikollegen Peter Bistron. Eine Reihe von AfD-Mitgliedern hat Bistron offen für seine provokativen Aussagen kritisiert, während andere seine Ansichten verteidigen. Diese Informationen wurden durch anonyme Quellen innerhalb der Partei bekannt, die ihre Bedenken über die Ausrichtung und das Image der AfD bezüglich Bistrons Ansichten geäußert haben. Bistron, der aus Bayern stammt und stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bundestag ist, hat in der Vergangenheit durch eine Reihe kontroverser Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht. Viele innerhalb der Partei sehen diese als ablenkend und schädlich für das Image der AfD an, während andere behaupten, sie seien Teil des breiteren Diskurses der Partei und notwendig, um die politischen Themen, die sie ansprechen möchten, voranzubringen. Tatsache bleibt jedoch, dass diese Uneinigkeit zeigt, dass es innerhalb der AfD einen ernsthaften Diskurs darüber gibt, wie die Partei in der Zukunft geführt werden und welche Art von Politik sie verkörpern soll. Was auch immer das Ergebnis dieser internen Debatte sein wird, es wird zweifellos weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft der AfD und auf die Politik des populistischen Rechts in Deutschland insgesamt haben. Autor Anita Farke, Sonntag, 7. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Anfamilie Kreatür Eva Kreatür Vielen Dank.